Unter Social-Media-Abhängigkeit versteht man den exzessiven Konsum von Social-Media-Angeboten, also zum Beispiel Instagram oder TikTok. Hierbei sind meist junge Frauen und Mädchen betroffen. Begleitend können psychische Erkrankungen oder ein ungesundes Körperbild bestehen. Das Problem hierbei, sie konsumieren oft sozial erwünschter, zum Beispiel auch im Unterschied zu den Videospielenden Jungs und fallen deswegen weniger häufig auf.